Jo, hallo und willkommen hier auf meinem Kanal Inke. Vielen Dank für den ganzen Support hier auf diesem Kanal. Es ist wirklich unfassbar krass. Ich bin immer noch absolut überwältigt. Wir haben jetzt hier 18.000 Abonnenten erreicht und ich hätte nicht gedacht, dass wir den Kanal noch mal so aufblühen lassen können und dass ihr auch so aktiv am Start seid, dass ihr hier so krass mit reinhasselt. Wirklich unfassbar. Dickes, dickes Dankeschön. Props geht raus an jeden, der mich hier unterstützt und lasst doch gerne irgendwas in die Kommentare da für einen Algorithmus. Was schreibt ihr heute mal rein? So eine 315 in die Kommentare, wenn ihr einfach aktive Spritzer seid. Okay, ich weiß, jeder schreibt jetzt eine 351 rein und feiert sich jetzt, weil er extra das falsch geschrieben hat. Wir gucken uns jetzt das Video an. Der Beef mit ABK ist für mich zu Ende. Scheinbar endet der Beef. Uiuiui. Hätte ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, starke Angelegenheit, dass der Beef wahrscheinlich endet. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal an, was KoneV dazu zu sagen hat. Yo, meine Freunde, was geht ab? Heldig, willkommen zu einem neuen Video. Achso, nicht wundern, ich habe es auf 1,25 die Geschwindigkeit gestellt, weil das Video geht halt 11 Minuten. Das ist halt echt, das ist echt relativ lang und ich will nicht, dass diese Reaction wieder so ausschweifend wird, dass es 40 Minuten geht. Auf Kuchengeschmack. Ist ein Kuchen, aber sonst hätte es sich nicht gereimt. Ja, ihr könnt es schon am Titel erkennen, meine Freunde. Tatsächlich, Realtalk, der Beef mit ABK ist für mich nun eigentlich offiziell zu Ende. Dazu muss man aber sagen, kommt natürlich darauf an, was ABK jetzt noch macht. Wenn er so ein richtig heftiges 80 Minuten Zerstörungsvideo hochballert, da muss ich natürlich irgendwo nochmal drauf antworten. Aber abgesehen von sowas ist die Sache tatsächlich für mich beendet. Und ich weiß, die ABK-Army-Mitglieder... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es erstmal gut, dass endlich mal hier vielleicht mal ein Schlussstrich gezogen wird. Das ist ein richtiger Schritt an sich. Aber ich kann mir auch vorstellen, ich kenne Kuchen.TV, da lässt sich von allem so extrem triggern. Und wenn der ABK jetzt drei Videos gegen Kuchen.TV macht, kann ich mir vorstellen, dass Kuchen.TV irgendwann wieder ein Antwortvideo bringen wird. Also für mich, für mein Gefühl, denke ich mal, ist der Beef nicht zu Ende. Also das ist so mein Gefühl, das muss nichts heißen, es kann sein, dass es auch stimmt, dass der Beef jetzt wirklich zu Ende ist. Aber für mein Gefühl ist der irgendwie nicht zu Ende, weil wir kennen ABK, Kuchen.TV, die provozieren sich gegenseitig und dann machen die noch zehn Videos gegeneinander. Gerade ich glaube, bei ABK, der wurde ja noch ein paar Mal angezeigt und so. Und ich glaube, ABK, der ist wirklich nicht gut drauf zu sprechen auf Kuchen.TV und ich denke, da kommen noch die ein oder anderen Videos. Wir werden jetzt schon in die Kommentare schreiben, Hashtag besiegt. Und ja, muss ich auch einfach mal ganz offen zugeben, ich habe mich in den letzten Wochen einfach mega unsouverän verhalten. Also ich war bei dem Beef halt ganz klar vorne und habe mich mit den Aktionen, die ich in letzter Zeit gebracht habe, einfach komplett wieder nach hinten geschossen. Ja, und natürlich sieht es halt jetzt öffentlich wieder so aus, als wenn er mich halt hops genommen hat. Obwohl ja, wie gesagt, eher auf die meisten Punkte halt. Ja gut, im Prinzip ja, ABK hat halt dieses Video von China damals wieder hochgebracht. Aber ich würde sagen, Kuchen.TV hat Kuchen.TV geschlagen. Ja, ich finde Kuchen.TV ist ein guter, ist ein würdiger Gegner gegen Kuchen.TV gewesen, ja. Und hat sich da auch, ja, erfolgreich einfach selbst besiegt. Nie eingegangen ist, aber gut, so ist das Ganze halt. Habe ich einfach Fehler gemacht und muss jetzt halt auch damit leben, dass das halt die öffentliche Meinung ist. Ja, in diesem Video erkläre ich euch so ein bisschen, warum, wie, was und so weiter. An dieser Stelle möchte ich mich aber auch noch einmal bei ABK wegen diesem Cousin-Witz auf jeden Fall entschuldigen. Die Leute in den Cake News haben ja auch gesagt, ja, das war nicht aufrichtig so. Doch, es war halt eine normale Entschuldigung. Also natürlich tut mir das halt leid. Und das ist auch so ein Grund, warum ich diesen Beef beenden möchte. Oder warum von meiner Seite aus ich da jetzt eigentlich ein bisschen mehr chillen möchte. Wie gesagt, tut es mir halt einfach leid. Es ist halt unnötig, da irgendwelche Familienmitglieder mit reinzuziehen. Und Unrecht ergibt kein Recht. Also man hätte es einfach besser wissen müssen, dass es halt einfach dumm ist. Leute haben ja auch gesagt, ja, den Witz hast du zweimal gebracht. Das Ding ist, eigentlich wollte ich den tatsächlich nur so als harten Front im Kuchen Talks haben. Und war dann in der Reaction so krass getriggert, dass ich so dachte, ja, ich droppe den Witz einfach jetzt schon. Weil im Kuchen Talks kommt das ja eh. Und deswegen hatte ich das da drin. Habe es aber dann auch rausgeschnitten, weil ich mir auch so dachte, ey, es ist einfach nur unnötig so. Und das ist auch so eine Sache, wo ich in den letzten Tagen halt drüber nachgedacht habe, weswegen ich das einfach beenden möchte. Weil ich sehe da ehrlich gesagt einfach keinen Sinn mehr drin. So, muss ich einfach ganz ehrlich zugeben. Also ich finde das erstmal gut, ja, auch dass es sich dafür entschuldigt hat. Und auch jetzt nochmal entschuldigt, weil die Sache, ich weiß nicht, es geht halt voll ins Persönliche, ins Private rein. Wenn du eine Person, die gestorben ist, einfach oder die Familie auch nochmal so sich sozusagen drüber lustig machst, obwohl die gar nichts in der ganzen Thematik zu tun hat. Obwohl kein Bezugspunkt dazu ist, da einfach so einen Witz zu machen mit diesem 3-16-No-Scope, finde ich sehr, sehr pietätslos. Das Ding ist, weshalb manchmal Entschuldigungen nicht aufrichtig oder aufrichtig rüberkommen. Also ich weiß nicht, bei mir ist es jetzt mir nicht so aufgefallen, dass es nicht aufrichtig war oder so. Wobei, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, ob er bei dieser Cake News, aber dass sie da irgendwo wieder ein bisschen relativiert hat. Das Problem ist, du darfst zum Beispiel nicht sagen, ich entschuldige mich, aber der und der hat das gemacht. Ich glaube, Tim hatte, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Tim hat irgendwo gesagt, ja, aber ich wollte da mit ABK halt eins reindrücken, weil der mir immer eins reindrückt. Aber das wirkt dann halt so wie, ja, aber guck mal, der hat genauso scheiße gemacht. Und weißt du, eine Entschuldigung kommt ja eigentlich nur von sich. Eigentlich sagt man dann so, Entschuldigung, dann lässt man es einfach sein. So, dann sagt man nicht noch, aber der und der hat das gemacht, sondern einfach nur selber Entschuldigung sagen und fertig ist. Sonst kommt das immer so rüber wie, ey, das ist eine Rechtfertigung und der ist ja nicht besser als ich. Und das ist manchmal so das Problem. Man muss halt gucken, wie man das rüberbringt und gerade bei einer Entschuldigung muss man halt das eigentlich immer auf sich beziehen und nicht noch andere mit reinziehen. Am Anfang zum Beispiel fand ich den Beef halt selber noch unterhaltsam so, weil es ging einfach darum, man hat halt Videos gegeneinander gedroppt, wo jetzt keine privaten Infos drin war, wo es jetzt nicht darum ging, den Ruf des anderen zu zerstören oder ihn zu triggern, ihm zu schaden oder whatever, sondern das Ganze war halt einfach so ein Hin und Her. Ich meine, ich habe ja schon vor drei Jahren zum Beispiel auch mal gesagt, jo, ich renne jetzt zum Anwalt. Das war aber alles eher so druckmäßig in einem Video, weil man einfach Druck machen wollte so quasi, dass er vielleicht so ein bisschen Angst hat oder so, dass da irgendwas kommt oder whatever. Habe es aber halt nie gemacht so. Und jetzt wisst ihr ja, gehe ich rechtlich gegen ihn vor, meine Freundin geht gegen ihn vor und so weiter. Oder einfach, weil dieser ganze Beef so eskaliert ist und weil es halt nicht mehr darum geht, einfach unterhaltsame Videos zu machen und sich ein bisschen im Argumentieren zu messen, sage ich einfach mal. Sondern vor allem in den letzten Wochen geht es eigentlich nur noch darum, den Ruf des anderen zu zerstören. Vollkommen egal, ob das... Ja, aber die Frage ist, macht denn das Spaß? Das ist echt so meine Frage. Macht das Spaß auch so jetzt das Ganze weiterzuführen oder generell auch weitergeführt zu haben, dass man jetzt nur noch mit dem Anwalt kommt? Und so, ne, normalerweise ist es eine YouTube-Geschichte, so das ist der YouTube-Beef und es wird nur noch anwaltlich alles geklärt. So, dann macht doch gar keine Videos mehr zueinander. Wenn ihr dann so oder so alles anwaltlich klärt, dann bringt nicht noch ein Video oder zwei oder drei oder vier Videos. Reagiert am besten gar nicht mehr auf die Person. Wenn ihr sowieso dann alles nur anwaltlich klagt, so, dann ignoriert das Ganze doch. So, das Einfachste ist doch, dem Ganzen zu entkommen, wenn man es ignoriert. Je öfter man dann Videos gegen zum Beispiel einen ABK macht, umso mehr Videos würde er auch zu dir machen, ja. Weil der sieht sich dann auch provoziert in der ganzen Geschichte, wenn ständig Videos zu ihm kommen. Oder Reactions zu ihm kommen oder auf Eikuchen noch Videos dazu kommen. So, da am besten einfach komplett, ja, still sein. Aber das ist jetzt seit einem halben Jahr, würde ich sagen, steht auch das, glaube ich, mit der ganzen Anzeigengeschichte im Raum. Ich weiß nicht, oder dreiviertel Jahr, ich weiß nicht wie lange. Und trotzdem kamen permanent immer wieder Videos zu ABK. Da denke ich mir so, naja, aber guck mal, wenn es doch nur noch anwaltlich geklärt wird, so, dann macht er gar nichts mehr zu ihm. So, dann soll er weiter Videos zu dir machen. So, dann hast du das Recht dazu, das anwaltlich zu klären. Aber so ist es die ganze Zeit. Er macht ein Video, dann macht wieder der andere ein Video. Und von der einen Seite kommt dann ständig Anwalt, Anwalt, Anwalt. Klar, Rufschädigung, gar keine Frage. So, ab einem gewissen Maß kann man schon sagen, ey, Anwalt einschalten und so. Aber ich finde jetzt bei dem, was teilweise gemacht wird, Tim hatte ja auch unter anderem gesagt, das werden wir nachher auch noch hören. Er lässt jetzt alles anwaltlich immer prüfen. So, egal, wenn ABK ein Video macht, schickt er automatisch das Video von ABK an den Anwalt, damit der Anwalt ihn abmahnen kann. So, was ist das? Also, das ist ja einfach nur, ja, mir geht es gar nicht um den Inhalt, mir geht es nur darum, dass ABK jetzt dafür irgendwie einen Schaden erleidet. So, das finde ich halt nicht so nice. Also, ich weiß nicht. Also, am besten ignorieren und fertig ist. Gar nicht mehr drauf reagieren, gar nicht mehr drauf eingehen und fertig ist. Und dann kannst du auch den anderen, ja, so kannst du ihn am besten ausschalten, ja. ABK macht, indem er vier Jahre altes Kreis irgendwie wieder hochholt, weil er weiß, dass da viele Leute drauf einspringen. Oder ob ich dann irgendwelche toten Verwandten von ihm mit reinziehe. So, das ist halt egal. So, es ging in letzter Zeit eigentlich nur noch darum, sich gegenseitig zu triggern, den Ruf zu zerstören und den anderen zu wahrscheinlich irgendwelchen dummen Aktionen zu bringen. Und vor allem auch von meiner Seite aus, um da halt wieder abmahnen zu können. Und ich weiß nicht, das ist halt also irgendwann wirklich einfach mega lächerlich. Ich habe ja auch dieses 50-Minuten-Video über ABK hochgeladen gehabt. Das sollte für mich auch so ein bisschen so dieser Abschluss sein, weil wenn ABK jetzt wieder ein Video macht, dann theoretisch, muss er natürlich für seine Community nicht, aber theoretisch müsste er auf jeden einzelnen Punkt halt eingehen, den ich da gebracht habe. Wenn er sich jetzt wieder zwei Punkte aus dem 50-Minuten-Video rausholt, ist das eigentlich ziemlich wack. Und ich denke auch, dass er da keinen Bock drauf hat. Man sieht ja auch, oder finde ich zumindest, auch zum Beispiel in den Vlogs und so weiter, der hat jetzt zum Beispiel gestern wieder einen hochgeladen, wo ich dann 20 Minuten in der Amobox gechillt habe, weil ich dachte, okay, jetzt zerstört er mich richtig. Nein, aber auf jeden Fall habe ich den Vlog halt gesehen gehabt, zumindest zum Teil. Und muss sagen, weiß nicht, da wirkt er halt auch frischer, unterhaltensam und so weiter. Und weiß nicht, ich glaube, der hat vielleicht, vielleicht merke ich das auch falsch, oder hat glaube ich auch keinen Bock darauf, dass quasi der ganze Content halt nur noch aus KuchenTV besteht. Und ich sehe da halt keinen Sinn mehr drin, irgendwie halt immer weiter drauf zu hauen. Wobei, ich finde, bei ABK ist der Content gar nicht so krass auf, äh, so krass auf KuchenTV angelehnt. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Videos hat er jetzt zu KuchenTV gemacht? Ich glaube gar nicht so, ich glaube, es ging halt mehr von, ja gut, hier KuchenTV, KuchenTV. Und hier KuchenTV, gut, hier drei Videos zu KuchenTV. Hier Unge, Unge. Ja, und hier ist eigentlich nichts mehr zu KuchenTV gewesen, ne? Das waren jetzt, das waren jetzt ein paar Tage halt KuchenTV-Videos. Und dann ging ja die ganze Situation los. Also im Prinzip, hier hat er nichts weiter gegen KuchenTV gemacht. Hier, vor elf Monaten, das mit, äh, das damals mit ApoRed und der Carina-Thematik. Also so viel hat, hat ABK, hat glaube ich ABK gegen KuchenTV gar nicht gemacht. Ähm, KuchenTV hat halt immer auf, auf ABK reagiert. So, da kamen da nochmal Videos, auf iKuchen kamen Videos, auf KuchenTV kamen Videos. Ich glaube, da kamen mehr Videos. Ähm, aber es ist halt mittlerweile einfach nur noch anstrengend geworden, weil, wie gesagt, es ist kein unterhaltsamer Beef mehr. Es ist nicht mehr ein Beef, wo man sagt, ey, jetzt entspannen, zurücklehnen, einfach genießen, einfach die geilen Videos genießen, die die jetzt gegeneinander bringen. Äh, mittlerweile ist es so, du sitzt da und denkst es so, ja, wie abgefuckt wird der wieder sein? Was wird der wieder machen? Welche rechtlichen Schritte werden wieder eingeleitet wahrscheinlich? Und so weiter. Das ist einfach, das ist einfach nicht mehr schön. Das macht keinen Spaß mehr. Ohne Witz, das macht einfach keinen Spaß mehr. Das ist nicht mehr cool. Wenn es gar nicht mehr darum geht, ein bisschen zu argumentieren, ein bisschen ha-ha-hi, ein bisschen Lach-Kick, ja, ein bisschen das, was der andere sagt, ähm, zugegen argumentieren, sondern, dass, wie gesagt, halt nur noch darum geht, halt, äh, die anderen, anderen zu schaden, so. Und wie gesagt, zu diesem Video, um darauf zurückzukommen, ähm, da haben auch viele Leute selbst aus meiner Community geschrieben, ey, Digga, so ganz ehrlich, es reicht doch langsam. Und das ist halt nicht nur eine Person, die das geschrieben hat, sondern sehr viele. Die haben halt gesagt, ey, weder du noch ABK verkaufen sich hier gut, hört doch einfach auf damit, ihr habt euch jetzt ein Jahr gestritten. Das stimmt, ja. Ja, tatsächlich so. Also unser Beef hat ungefähr genau jetzt vor einem Jahr angefangen. Da kam nämlich mein Video zu seinem Carina und, äh, ApoRed-Video raus, worauf ich dann ja in Kuchen Talks gemacht habe. Und dann ist das ja immer weiter so eskaliert, dass wir immer wieder Videos gegeneinander gedroppt haben. Und ich muss ja einfach selber sagen, am Anfang, wie gesagt, war es lustig, jetzt halt nicht mehr. Und da haben meine Zuschauer halt auch schon recht. Und ich hab da ja, wie gesagt, auch schon überlegt. Und deswegen ja auch dieser Anfangsgrund, es geht nur noch darum, den anderen zu triggern, fertig zu machen, richtig mies ins Private irgendwie reinzuhalten, ja, irgendwelche krassen Infos zu droppen, damit der andere schlecht dasteht. Digga, was ist das so? Ja, also ich seh da halt nicht den Sinn drin. So, und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich Angst habe, dass noch irgendwas veröffentlicht wird. Weil jetzt, Realtalk, hat ABK wirklich alles von mir benutzt. Ja, alle Islam-Videos sind durch. Ja, der Schreib mit meiner Freundin vor vier Jahren sind durch. Ich weiß nicht, was da noch kommen sollte. So, ne, das war's. Also da hab ich jetzt eigentlich nichts mehr zu befürchten. Jetzt hab ich einen Freifahrtschein. Ich seh da aber auch keinen Sinn mehr drin, ne? Also der Content von mir ist auch ein bisschen doof, weil viel gelb ist gerade. Besteht auch zu einem gewissen Teil halt nur noch aus ABK, ABK-Videos hier, ABK-Videos da. Ja, das ist genau das, was ich gerade gesagt hab. Es wird viel zu viel auch über eine Person berichtet. Das war bei mir auch mal eine Zeit lang, ne? Ich hab so Hashtag-Joker oder so eine Zeit lang öfter Videos zu ihm gemacht. Oder auch zu einem Just-in-Playback früher. Auch vielleicht drei, vier Videos gebracht. Und ich hab auch gemerkt, auch die Zuschauer so, ja, es reicht dann irgendwann so. Es ist dann, irgendwann reicht's dann. Du merkst dann auch selber, ey, es wiederholt sich. Es ist immer das Gleiche. Und das war ja auch bei seinem 50-Minuten-Video so. Das war eine Zusammenfassung von gefühlt allen Videos, die er gemacht hat. Und das hat man alles schon mal irgendwo gehört. Und es war jetzt kein Zerstörungs-Video. Es war jetzt so ein Video auf die Punkte, wo ABK halt nicht drauf eingegangen ist. Aber es, irgendwann wiederholt sich's halt einfach nur noch. Und das ist halt einfach, keine Ahnung, muss halt einfach nicht sein. Also, ich weiß nicht. Also jetzt von beiden Seiten, von ABK, von Kuh und TV. Einfach der Beef an sich völlig, also mittlerweile völlig ausgeartet. Ja, das Ganze war am Anfang halt lustig, ist gut angekommen, bla bla bla. Aber ich merke jetzt auch selber, dass meine Zuschauer halt auch langsam einfach keine Lust mehr da drauf haben. Weil im Endeffekt ist es immer das Gleiche. So, ABK sagt irgendwas. Ich sag dann in meinem Video, nein, da hast du nicht alles gezeigt. Da hast du dich widersprochen. Da hast du manipuliert. Da hast du irgendwelche Dinge aus dem Zusammenhang gerissen. Stell das halt richtig. Dann kommt ABK mit was Neuem. Dann wieder das Gleiche. Dann geht er darauf halb ein. Holt wieder was Neues raus. Und das Ganze ist so ein Hin und Her, was eigentlich wirklich niemanden irgendwas bringt. Und ich habe da auch langsam einfach keine Lust mehr drauf. Also, ich habe auch schon bevor jetzt das mit meiner Freundin und so gekommen ist halt gemerkt, wenn ich jetzt wusste, ABK macht ein Video gegen mich, dachte ich mir schon so, ich weiß nicht. So, weißt du, das Ding ist, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, da bin ich auch einfach so ein bisschen dickköpfig. Ich möchte unbedingt, dass der zu Wort haben. So, ich will jetzt nicht aufhören, während ABK ein Video offen hat. Das stimmt allerdings, ja, da gebe ich dem recht. Aber das ist wirklich so, ja, das stimmt wirklich. Er ist jemand, er möchte schon im Recht sein. Er möchte auch schon zeigen, dass er da im Recht ist. Und dementsprechend äußert er dann auch so seine Meinung mit, ja, ich habe das letzte Wort so und das wird auch der letzte Standpunkt bleiben, ja, auch für die Zuschauer. Ich bin darauf gar nicht eingegangen, so, weil ich mir so denke, nein, ich muss das letzte Video haben, so. Und ich glaube, wenn wir beide halt so sind, dann endet das halt nie, weil dann kein Video einfach so stehen gelassen wird. Ja, deswegen habe ich quasi für mich einfach entschieden, dass ich da einfach keine Lust mehr drauf habe und, ja, das jetzt also quasi einfach beenden möchte, so. Im Endeffekt, wenn ABK jetzt noch Videos gegen mich droppt, ist ja auch, sein Recht kann er ja auch machen, ist auch überhaupt kein Problem, dann werde ich wahrscheinlich nur noch darauf reagieren und das Ganze dann auf KuchenTV Uncut drei Wochen später hochladen, wenn es dann überprüft ist. Gerade dauert das wirklich bis zu zwei Wochen, das ist so lächerlich. Da werde ich halt noch drauf reagieren, will aber eigentlich jetzt auch wieder anfangen, mal vernünftigeren Content zu machen. Und man muss ja auch mal ganz offen so sagen, also ich muss meinen Kanal jetzt auch erst mal wieder aufbauen, muss die Shitstorms jetzt erst mal, da muss ja auch ein bisschen Zeit vergehen. Ich will wieder normalere Videos bringen K-Biefen oder whatever, ne, sehe ich ehrlich gesagt einfach keinen Sinn darin, das Ganze halt weiterzumachen. Weil ich glaube, wir haben jetzt in dem Jahr, habe ich wahrscheinlich so 14 Videos gemacht und er wahrscheinlich auch so 10. Also dadurch, dass er nicht so viele Videos bringt, wahrscheinlich jedes dritte Video ist über KuchenTV gegangen in diesem Jahr. Und ich weiß nicht, ansonsten finde ich seine Videos ja auch gar nicht mal so schlecht, habe ich ja auch gesagt. Ich habe ja auch auf KuchenTV Uncut gestern eine Reaction von ABK zu diesem... Also ich würde schon sagen, dass Tim deutlich, deutlich mehr... Also gehen jetzt mal auf iKuchen und mich würde es mal interessieren, wie oft denn da über ABK... Warte, ABK... Gucken wir mal bei ABK. Vor allem hier, 1, 2, 3, 4, 5... Ne, 4. Okay, hier ist nichts mehr zu ABK. Also auf iKuchen hat er 4 Videos. Ich glaube auf KuchenTV auch nochmal viele Videos. Wait. Warte, ABK... Hier hat er auch nochmal viele Videos und so, ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ne, hier nicht. 8, 9... Also allein hier in einem Monat oder so, so neun Videos gefühlt, ne. Oder in zwei Monaten so neun Videos. Ja, allein über ABK. Dann hier nochmal 10. Ne, das war das Video mit mir. Ähm, also es sind schon viele, viele Videos gekommen von KuchenTV Seite. Ich würde sagen, da hat ABK deutlich weniger gemacht. Ne, gut, es kam noch auf Kanälen wie zum Beispiel bei Heikel oder so oder bei Sami kam glaube ich auch was zu KuchenTV, wo ABK mit drauf reagiert hat. Aber ich würde es jetzt nicht unbedingt als den Content anbelangen, weil es ist ja nicht sein Kanal gewesen. Aber ja, das nur dazu. Das nur dazu. Also ich würde schon sagen, dass, äh, mehr von Tim kam. Deutlich, deutlich mehr. Aber man muss auch sagen, ja, ein Tim hat auch mehrere Kanäle. Ein ABK hat nur einen Kanal. Und ja, wie gesagt, das ist einfach zu viel. So, wenn dann die ganze Zeit der Kanal nur über eine Person geht, das ist einfach langweilig. Das macht dann keinen Spaß mehr. Das muss schon ein bisschen variieren. Ich finde es auch besser, wenn Tim auch einfach mal Videos macht, die nichts damit zu tun haben mit der ganzen Beef-Thematik. Wenn er gar nichts mehr erwähnt mit Thema ABK, Thema China, Thema irgendwas mit Streit und sowas. Sondern einfach Videos macht, wie er es davor auch schon mal gemacht hat, ne? Was weiß ich mit, äh, was waren das für Videos? Äh, Puls-Reportage und sowas, ne? Vor einem Jahr zum Beispiel. Da hat er doch gute Videos gemacht. Warum, warum kommt der Zeit dann zu Videos, wo ich mir so denke, ja, bau doch nicht jedes Mal irgendwas mit ein zu dieser China-Thematik, zu der Streit-Thematik. So, lass es einfach. Lass es doch einfach ruhen. Einfach, einfach entspannen. Einfach was Neues machen. Jetzt hat er was zum Feuerwerk gemacht. Zum Beispiel, das ist mal wieder ein ganz anderes Thema gewesen. Deutlich auffrischender gewesen. Und, äh, das ist, keine Ahnung so, das kann man besser sich angucken, als der Zeit, äh, so diese Videos, wo es aufs Emotionale geht. Äh, Yunus Amiri-Video hochgeladen, was er gemacht hat, fand ich auch gut, Digga. Sag ich auch ganz offen. Ein paar Jokes waren auf jeden Fall sehr lustig. Man hat sich unterhalten gefühlt so. Und, äh, ich weiß nicht. Deswegen sehe ich da noch weniger Sinn drin, eigentlich halt mitzumachen. Ähm, ich hab tatsächlich auch mit zwei, drei Leuten halt über diese ganze Beef-Sache geredet. Und die meinten auch so, ey, Digga, Realtalk, wenn ihr euch, wenn ihr nicht diesen Beef gehabt hättet und alles, wärt ihr privat, glaube ich, mega gut, äh, zusammen ausgekommen. Und das ist tatsächlich so. Wir haben ja ein bisschen geschrieben so. Und ich hab auch ein bisschen die privaten Nachrichten geguckt, weil ich auch ein, zwei Sachen damit eingebaut habe in meinem Video. Was wir da für Jokes gebracht haben und so weiter. Es war schon, war schon eine krasse Zeit. Also die drei Tage, wo das so war. Nein, aber wie gesagt, ja, sehe ich deswegen einfach keinen Sinn mehr drin, das Ganze halt weiterzumachen. Und, ähm, da hast du jetzt nicht falsch drüber kommen, aber auch ABK hat im Endeffekt halt eigentlich nichts mehr davon, Ja, können wir natürlich gerne machen. Ich klicke ja dann vielleicht... Also das ist doch kein YouTube, ja. Ey, wir sind ein Meinungsblogger. Wir sind ein Meinungsblogger und klar kommen da auch mal Punkte, die kritisch gegenüber einem sind. Aber jetzt wirklich alles abzumahnen, muss ich ganz ehrlich sagen, fühle ich es zu null Prozent, ja, wirklich. Also wenn es jetzt der Berufsschädigung ist, extremer Rufmord, er sagt, du bist ein pädophiler Mensch und stellst als Fakt hin, dass du es definitiv bist, dann sage ich, ey, bei so einer Sache auf jeden Fall kannst du abmahnen, weil das ist schon... Weißt du, dir wird halt unterstellt, dass du pädophil bist und sowas, ne? Oder bei mir war es so beispielsweise auch, da hat jemand gesagt, ey, du bist ein Nazi und so. Und das einfach ohne Begründung. Einfach so, ich bin ein Nazi, ne? Und sowas stimmt halt nicht. Das ist halt absoluter Quatsch. Da würde ich sagen, bei solchen Unterstellungen, ja, kannst du auf jeden Fall machen, aber wenn jetzt jede Textzeile nur durchgegangen wird, um jemand abzumahnen, ist es halt einfach Abfuck. Vielleicht Geld dafür oder auch nicht? Nee, fühle ich nicht, muss ich sagen. Was später vielleicht ein Richter sagt. Aber es ist halt unnötig so, ja? Und weiß ich nicht. Ja, und ja, quasi, das ist so. Das ist auf jeden Fall, was ich halt sagen wollte. Das Ding ist, was ich aber trotz allem immer noch mega feiern würde und worauf ich halt immer noch Bock hätte, wäre safe immer noch das Kaffee und Kuchen. So, das Angebot steht auf jeden Fall immer noch. Wie gesagt... Bruder, du sagst in dem einen Satz, dass du ABK in jeder Sekunde abmahnen möchtest, wenn er ein Video zu dir macht. Und im anderen Satz sagst du, komm bitte ins Kaffee und Kuchen zu einem Interview bei mir. Alter, ABK hat immer gesagt, nein, das mache ich nicht, außer einmal ganz am Anfang. Danach ist nichts mehr geworden. Der hat immer gesagt, nein, mach doch nicht. Als ob der sich jetzt denkt, nachdem du gesagt hast, ey, ich mahne dich bei jedem Scheiß ab. Als ob der sich jetzt denkt, ja, Mann, jetzt mache ich das Kaffee und Kuchen mit. Perfekt. Das muss nicht auf meinem Kanal kommen, das kannst du einfach hochladen. Du musst mich auch nicht verlinken oder whatever so, das ist komplett egal. Einfach, dass man quasi, ja, vielleicht so als Abschluss oder so, whatever, du kannst da noch raushauen, was du raushauen möchtest und dann macht man nochmal so ein Interview. Ja, ich meine, jetzt hast du ja auch Dinge gegen mich in der Hand, ja, wo ich gerade schlecht dastehe, so, das heißt, das wäre ja nicht mehr so, wie vor einem halben Jahr, wo man dann sagt, ja, hier Verschwörungstheoretiker, da unfundiertes Video, ne, sondern jetzt gerade stehe ich ja eher an der Kritik. Das heißt, du hast eher die Punkte, die du auf jeden Fall droppen kannst und die krass sind. Also wirklich dieses Verschwörungstheoretiker-Ding, ne? Also es wurde ja wirklich so, ich werde auch immer noch teilweise damit konfrontiert, also nicht mehr viel, das ist wirklich nur noch wenig, aber am Anfang wurde ich ja relativ stark konfrontiert mit, dass ich ein Verschwörungstheoretiker bin und dass ich ein Impfgegner bin und ein Corona-Leugner bin, weil Tim ja ein Video gemacht hat zu mir und ABK wegen diesem Impfthema da, wo ich mir auch so denke, ey, ihr habt mein Video halt nicht gesehen, ihr habt halt bloß ein paar Punkte gesehen, die halt so dargestellt wurden, als wäre ich halt einfach ein Impfgegner, so. Also im Vereinigten, das ist halt so ein Käse, das ist halt so ein fucking Käse. Meine Intention vom Video war eine ganz andere. Aber es ist auch so geil, wirklich. Also manche Leute, die gucken sich dann wahrscheinlich auch das Video von Tim von früher an, so und denken, ja, mein Stand ist jetzt, nicht impfen lassen, Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker. Ey, man ist nicht automatisch ein Verschwörungstheoretiker, nur weil man sich am Anfang vielleicht mit der Impfung noch ein bisschen kritischer auseinandergesetzt hat, beziehungsweise man in der Familie Erlebnisse hatte, die jetzt nicht gerade sehr positiv waren. Ja, das ist man dann automatisch, automatisch ist man dann irgendwo ein Corona-Leugner, ein Verschwörungstheoretiker, ein absoluter Käse. Ich bin seltsam doppelt geimpft, aber ich bin immer noch der Meinung, ey, jeder soll mit seinem Körper das machen, was er möchte. Wenn er sich impfen lassen möchte, macht er es. Wenn nicht, dann nicht. So. Und das Beste wäre einfach, wenn Frieden zwischen beiden Parteien herrscht, von Nicht-Geimpften und von Geimpften. Weil das wäre doch einfach sehr schön. Es wäre einfach so, weißt du, ich muss doch nicht den anderen anfeinden, nur weil er sich nicht impfen lässt, aus was für einem Grund auch immer. Aber das ist so eine Thematik, ey, möchte ich gar nicht großartig aufmachen. Ja, also keine Ahnung. Und er biete ich auf jeden Fall immer noch an. Die 10.000 dafür natürlich nicht mehr, die sind gestrichen, sondern das Haus für deine Mutter kannst du auch vergessen. So, aber, ja, das wäre theoretisch auf jeden Fall die Möglichkeit. Und, ja, was kann ich ansonsten sagen? Also ich muss echt zugeben, so in den letzten Wochen war ja generell, ja, sehr hart, ich habe ja schon gesagt, habe mich sehr unsouverän verhalten. Ja, und merke halt auch selber so, dass dieser ganze Beef ist auch für mich selber so, von meinem Kopf her einfach so ein bisschen explodiert. Also, ich habe noch, ich denke auch mal, dass das seriöse Quellen sind halt, private Infos über ABK und ABK hat wahrscheinlich auch private Infos über mich, irgendwas von irgendwelchen Leuten, die mich jetzt nicht mehr mögen. ABK hat genau das Gleiche, wo ich auch Sachen zugeschickt bekommen habe und ich würde sowas halt nicht liegen, weil das sind halt Dinge, die auch teilweise mit seinem Studium zu tun haben, wo ich mir auch so denke, weiß ich, das hat nichts damit zu tun, das ist einfach scheiße. Und da habe selbst ich dann irgendwann so überlegt, ey, ganz ehrlich, ABK hat es doch eigentlich verdient. Und alleine, dass man so diesen Gedanken schon hat, schon wieder irgendeine Scheiße zu liegen oder so, zeigt für mich, dass ich hier einfach einen Schlussstrich ziehen muss und dass ich da einfach keine Lust mehr drauf habe. So, deswegen ist für mich die Sache jetzt eigentlich halt beendet. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommen kann. Also jetzt mal, das ist jetzt bloß so gedanklich für mich persönlich so, man hat Streit im Internet und warum möchte man dann, oder warum hat man überhaupt diesen Gedanken, etwas zu liegen von einer Person, so als ob man dann sagt, den habe ich jetzt krass gegeben, ja, weil der hat dann ein persönlich großes Problem, wenn dann irgendwelche Leute vor seiner Haustür auftauchen, so. Weißt du, ey, finde ich, also das muss ich auch sagen, so, ich würde nicht mal auf den Gedanken kommen, irgendwas von einer Person privat zu liegen, weil, so, was habe ich denn davon? So, ich habe doch gar nichts davon, so. Ich sitze bei mir zu Hause für mein normales Leben und der andere ist halt einfach, der hat halt übelste Probleme dadurch. So, aber ich persönlich habe doch gar nichts davon, so. Also, für mich gibt es doch keinen Mehrwert dahinter, jetzt zu sagen, ey, guck mal, wo der wohnt zum Beispiel, jetzt nur mal so, jetzt Adresse oder Telefonnummer oder sowas. Das ist doch nichts, was mich dann belangt, so. Also, ich würde gar nicht auf den Gedanken kommen, irgendwas zu liegen. Dann finde ich gut, dass er da den Schlussstrich zieht, weil, bevor hier noch irgendwas anderes geleakt wird, das wäre schon hart. Also, das wäre wirklich, also, das wäre viel, viel, viel zu krass. Gibt sonst eigentlich auch nicht mehr so viel zu sagen. Vielleicht könnt ihr das Ganze nachvollziehen. Vielleicht sagt ihr auch, nein, Tim, du musst da weiter drauf halten. Wie gesagt, habe ich keine Lust mehr drauf. Vielleicht in sechs Monaten, wenn ich dann vielleicht wieder meinen alten Kanal hergestellt habe, dann, ja, hauen wir vielleicht wieder rein, wenn er dann ein Video macht über ApoRed und Mimi oder whatever. Aber ansonsten halte ich mich da, glaube ich, auf jeden Fall erstmal bedeckt. Ich glaube, ich sollte auch gerade erstmal ein bisschen ruhiger fahren. Ich muss mich jetzt erstmal selber sammeln quasi. Und ja, mehr gibt es dazu gar nichts zu sagen. Ich wünsche euch dann einen wunderschönen Dienstag. Genießt auf jeden Fall die Feiertage, falls ihr jetzt auch frei habt. Okay, also, wir wissen auf jeden Fall jetzt Bescheid. Laut Tims Sicht soll jetzt erstmal Schluss sein. Ich finde das sehr gut, dass er jetzt nichts mehr dazu machen wird. Er wird noch weiter darauf reagieren, hat er gesagt. Ist in Ordnung, so ist ein gutes Recht darauf zu reagieren. Und mal schauen, wie das so weitergeht. Ich kann mir vorstellen, irgendwann kommen trotzdem noch Videos. Also, ich denke nicht, dass der Beef vorbei ist. Also, dass das ganze Thema beendet ist. Also, glaube ich beim besten Willen nicht. Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Denkt ihr, das Ding ist jetzt vorbei? Oder sagt ihr, nee, es geht auf jeden Fall noch weiter. Wird mich wirklich interessieren. Und ja, danke schön fürs Zuschauen. Liebe geht raus. Haut rein. Ich denke, ich bin euer Alpha Kevin. Ciao, Ciao. Ciao.